Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Remax News im heurigen Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut gestartet, legen wir los und das ist unser erstes Thema. Aus Kundensicht hat sich viel in den vergangenen sechs Monaten geändert. Der Immobilienmarkt hat sich vom Verkäufer zum Käufermarkt gewandelt. Das heißt, wo es früher viel Nachfrage für eine Immobilie gab und Liegenschaften häufig rasch zu guten Preisen verkauft wurden, sind es heute oftmals deutlich weniger Käufer, die sich für ein spürbar größeres Objektangebot interessieren. Die Auswahl wird also größer, aber die Vermarktungsdauer von Immobilien ist ebenso im Steigen. Gründe dieser besagten Entwicklungen sind unter anderem die allgemeine Teuerungssituation, die steigenden Zinsen und die Kreditvergaberechtlinien. Der Preis einer Immobilie wird am Markt bestimmt. Dies gilt aktuell mehr denn je zuvor. Das heißt, man muss aktuelles Angebot und Nachfrage bestmöglich zusammenbringen, um dann in einem transparenten und fairen Prozessablauf den optimalen Marktpreis zu finden. Genau das bietet Dave das digitale Angebotsverfahren von Remax. Für Verkäufer bietet Dave die Möglichkeit, ihr Objekt zu einem attraktiven Startpreis anzubieten und dadurch effektiv mehr potenzielle Kaufinteressenten anzusprechen. Somit hat der Verkäufer den Vorteil, mehr Nachfrage zu generieren. Gleichzeitig stellt diese höhere Nachfrage sicher, dass der Verkäufer seine Immobilie nicht unter dem Marktpreis verkaufen muss. Für Käufer hat Dave den großen Vorteil, dass Immobilien grundsätzlich nicht überteuert angeboten werden. Das heißt, jeder Kaufinteressent kann sich attraktive Objekte ansehen und dann basierend auf echter und transparenter Marktnachfrage ein Kaufangebot abgeben, das seinen finanziellen Möglichkeiten oder Vorstellungen entspricht. Damit rückt der Traum des Eigenheims näher, ohne dem unguten Gefühl eventuell zu viel für die Immobilie angeboten zu haben. Die letzte Entscheidung über die Annahme des Kaufangebots liegt immer noch beim Verkäufer. Viele stellen sich aktuell die Frage, soll ich jetzt verkaufen oder doch lieber warten? Besonders in Zeiten einer hohen Inflation und bei den steigenden Preisen ist eine Expertenmeinung gefragt. Die Remax-Experten beraten sie gerne. Außerdem gibt es aktuell ein tolles Angebot, mehr dazu jetzt. Der Wert einer Immobilie resultiert nicht daraus, wie viel sie beim Bau oder Kauf einmal gekostet hat, sondern vor allem daraus, was Käufer aktuell dafür bezahlen würden. Dass jede Immobilie einzigartig und für sich individuell zu behandeln ist, das ist klar. Daher gibt es je nach Art der Immobilie verschiedene Möglichkeiten der Immobilienwertermittlung. Als Laie ist das kaum zu bewerkstelligen. Und wenn es um den wahren Wert einer Immobilie geht, dann ist das oft nicht allein rechnerisch abgetan, sondern ein Zusammenspiel von Vermarktung, Angebot und Nachfrage und vielen anderen Einflussfaktoren. Dazu bietet Remax, die Nummer 1 in der Immobilienvermittlung, aktuell österreichweit die Möglichkeit einer kostenlosen Marktwerteinschätzung an. Sie erhalten dabei mündlich eine kostenlose und realistische Marktwerteinschätzung und können sich auch unverbindlich über die Möglichkeiten einer Vermarktung ihrer Immobilie beraten lassen. Das Angebot gilt für Einfamilienhäuser, Eignumswohnungen und Baugrundstücke bis ca. 1500 Quadratmeter bis 31. Mai 2023 bei allen teilnehmenden Remax-Büros in Österreich. Mehr dazu auf remax.at. Verlassen wir die Sichtweise des Immobilienverkäufers. Stellen wir uns nun vor, Sie suchen Ihre Berufung. Sie lieben die Arbeit mit Menschen, Sie interessieren sich für Immobilien, Sie sind gerne unterwegs und Sie lieben die Abwechslung. Dann bietet sich eine Karriere im erfolgreichsten Immobilienmaklernetzwerk an, als Makler, aber auch als Franchisenehmer. Österreichs bekannteste Immobilienmaklermarke mit dem rot-weiß-blauen Ballon befindet sich auf Höhenflug. Wussten Sie zum Beispiel, dass vier von fünf Österreicherinnen und Österreichern Remax kennen? Und dass jede zweite Person Remax spontan nennt, wenn man sie nach einem Immobilienunternehmen fragt? Auf dieses gelebte Netzwerk, die hohen Qualitätsansprüche und die wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe vertrauen mehr als 11.000 zufriedene Kundinnen und Kunden pro Jahr allein in Österreich. Remax wurde 2022 bereits zum sechsten Mal in Folge mit dem Business Superbrands Austria Award ausgezeichnet. Das ist die Bestätigung, dass die Firma Remax in Österreich bekannt ist, sehr geschätzt wird und Kunden und Geschäftspartnern die Sicherheit bietet, hervorragende und konstante Qualität zu erhalten. Starten Sie Ihre Karriere mit der Nummer 1 in der Immobilienvermittlung als Franchisenehmer oder als Immobilienmakler. Mehr zur Karriere mit Remax unter remax.at. Das waren Sie, die neuesten Informationen über den heimischen Immobilienmarkt in der aktuellen Ausgabe der Remax News. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, Sie bei der nächsten Ausgabe wieder zu begrüßen und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen.